وَقُرْرَبِّ زِدْنِي عِلْمَا Der seine Kleidung gestohlen hat Als Abu'l-Husayn aus dem Wasser kam Fand er seine Sachen nicht mehr vor Und ist zurück ins Wasser Kurz danach kam der Dieb zurück Und legte die Sachen wieder zurück Wo sie waren Während seine rechte Hand sehr verunstaltet war Beziehungsweise verunstaltet wurde Abu'l-Husayn kam aus dem Wasser Hat seine Kleidung angezogen und gesagt Oh Allah, er hat meine Sachen zurückgebracht So heile seine Hand wieder So wurde seine Hand auf der Stelle geheilt Und ging weiter Daraus schließt man, dass dieser Abu'l-Husayn Ein Bittgebet gegen diesen Dieb gesprochen hat Und zwar, dass Allah doch seine Hand verunstalten soll Und als er seine Sachen zurückbrachte Bat er Allah ihn wieder zu heilen Was dann auch passiert ist Hada wallahu alam Walhamdulillahi rabbil alameen